Mathematische Formeln zu tippen macht keinen Spaß. Ich brauche zehnmal länger einen Test oder eine Formel einzugeben, als sie einfach von Hand zu schreiben. Außerdem ist es natürlicher, beim Schreiben zu sprechen, als beim Tippen. Mit dem Livescribe Smartpen kann ich den Matheunterricht völlig neu gestalten. Mit einem Pencast kann ich unterrichten, indem ich mit einem Stift schreibe und meine Notizen dann auf den Computer hochlade, inklusive der Sprache. Anders als bei einem Lehrbuch ist der Inhalt animiert, sodass die Schüler Zeile für Zeile alles nachvollziehen können. Sie können Inhalte überspringen, indem sie einfach mit dem Stift auf die gewünschte Stelle in den Notizen tippen. Mit dem Livescribe Smartpen spare ich auch Zeit. Bisher haben mir mehrere Schüler immer wieder dieselbe Frage gestellt. Seit ich mit Livescribe arbeite, schicken sie mir eher eine E-Mail und ich antworte mit einem Pencast. So können die Schüler die Antwort auf ihre Frage immer wieder abrufen. Und ich muss nicht verschiedenen Schülern immer wieder dieselbe Frage beantworten. Ich kann sie einfach auf den Pencast verweisen. Der Umgang mit den Schülern ist interaktiver. Nicht nur, indem ich ihnen bei den Hausaufgaben helfe, sondern einfach mit meiner stärkeren Online-Präsenz. Ich kann sie viel besser unterstützen. Mein Name ist Sue Glasgow, das ist meine Livescribe-Story. Ich habe alles keine Probleme gefunden, solchetiens sehrtieronde. Aber bei der CN-Präse sind sie hier schon in Buschsk 살�igert. Vielleicht muss er noch ihre 쓰는ige beneficen dasselungen in der Schule gesessen! Was aber auch她en tun. Untertitelung des ZDF, 2020